Wird du nicht auch nicht mehr gerne wissen, wann was als nächstes passiert? Meinst du in der Zukunft? Es gibt eine Möglichkeit, das alles zu stoppen, wenn ich den Anfang stoppe. Die Frage ist nur, wann ist der Anfang? Du willst doch eigentlich Antworten haben. Vielleicht ist dein Runde in einem Team viel größer als du denkst. Wer bist du wirklich? Wollt ihr anfangen? Auch immer ist unklar, was genau die Ereignisse in Winden ausgelöst hat. Vielleicht können wir sie retten. Alle. Wo hat alles angefangen? In der Kleinstadt Winden ist ein Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Du, es kommt los! Schmickel! Schmickel! In der Zukunft, in der Vergangenheit oder ist alles in einer endlosen Schleife miteinander verbunden. Es muss ein Weg geben, das alles zu ändern. Es wird wieder passieren. Tick. Es ist zu weit. Tick. Tick. Deine Rolle in all dem hier ist viel größer, als du denkst. Es gibt einen Weg. Die Apokalypse muss kommen. Die Apokalyse Die Apokalyse Untertitelung des ZDF für funk, 2017